Jo moin, heute im Video gibt es mal eine Runde Gartic Phone. In den letzten Streams haben wir eine Runde Gartic Phone mit Trimax und Co gespielt. Es hat wirklich unfassbar Spaß gemacht. Ich kann euch nur sagen, ich bin höchstwahrscheinlich der neue Picasso. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Highlights. Lasst gerne einen Daumen nach oben, damit ihr sowas öfter sehen wollt. Abonniert gerne den Kanal und es war wirklich unfassbar lustig. Ich würde sagen, wir springen direkt rein. Viel Spaß mit der legendären Folge. Wir spielen jetzt Gartic Phone. Für alle, die es noch nie gespielt haben, ihr müsst euch gleich ein kurzes Prompt ausdenken. Am besten so drei bis fünf Wörter. Ist richtig, aber Trimax geht scheißen. Und dann muss der, der den Satz bekommt, halt malen, wie Trimax scheißen geht. Er malt es hoffentlich so gut, dass der Nächstes erkennt. Ansonsten wird daraus was ganz Weirdes. Und so geht es immer weiter stille Postmäßig voran. Ihr habt auf jeden Fall Zeitdruck. Wir spielen mit normaler Zeit, das ist nicht ganz so schlimm. Das Ganze wird super lustig. Viel Spaß. Einsatz. Ich habe definitiv gewonnen. Ich glaube, bei mir ist Max das Gleiche wie ich. Ich habe rasiert. So. Wollt ihr die Cam? Um links, um rechts? Unten rechts. Und später unten links. Um links. Ich habe sie immer unten links. Das geht immer. Alright, let's go. Oh, ich habe einen Retscher-Ferrier. Einer hat es nicht gemacht. Oh mein Gott, wer hat sich das ausgedacht? What the fuck? Junge. Oh mein Gott. Junge. Du siehst oben rechts eine... Oh Gott. Was? Ja. Oh Gott. Mach ich doch einfach mal. Ah, Junge, der Anfang ist schon wieder so... Bad. Die sich auch alle konzentrieren, ne? Ja, klar. Das ist eine Top-Zeitung. Oh Mann, oh. Fabo Aberi LS Pippa. Das ist auf Englisch, Mann. Was ist das? Was ist das? Fabo aber als Bibor. Das war immer ein Bibor. Ich hab mich nicht. Hey, was hast du da eingestellt? Warum ist das in Englisch? Ganz normal eingestellt. Ganz normal eingestellt. Ich bin dauernd schlecht. Ich bin dauernd schlecht. Ich bin dauernd schlecht. Ich bin dauernd schlecht. Was? Nee, mach das aus. Ich mach das aus. Ich hab's ausgemacht. Das war keinen Sinn. Ja. Du bist nicht dumm. Hä? Bietst du... Mann, hat du mal... Mann, Mensch! Junge, ich hab' dich eigentlich richtig abgeschn- Äh, abgesch- Äh, abgesch- Das ist nicht die Einstellung, dass ich nicht verklicken muss. Ich bin mal dumm gesinnt, Junge. Einmal automatisch durch. Trimax gegen Stramast. Der ist ein Trimax. Oh shit. Alter, Henke, gut. Trimax boxed versus einen Stramast. Alter. Digga. Oh, Karl. Ega. Trimax boxed einen Stramast. Oh shit. Der Sinn ist noch da. Der Sinn ist noch da. Was? Was ist denn? Digga, das ist ein Roblox in Karuso. Ey, das war... Hä? Das war... Das war... Das war meine beste Zeichnung von allen. Was ist das denn? Alles für hier. Das war meine... Ey, warte mal, stopp mal ganz kurz. Wie sind wir von Trimax gegen Stramast auf... Schuss auf Angriff auf Hund gekommen? Ja, dann Morten... Morten... Ja, ja, nein. Morten ist insane, Morten. Das war die... Also Morten, das ist... Das ist auch noch... Das hab ich noch nicht gesehen. Morten, du hast richtig viel Zeit dafür, Morten. Du hast richtig viel Zeit. Zwei Minuten und so weiter. Das ist wirklich nicht so ungut. Aber wie kann man so viel sagen? Ey Morten, das fühle dich. Du bist jetzt öfter dabei. Das war aber die beste Zeichnung von allen. Ein gelber Mensch passt in den Strom. Was soll das recht darstellen? Der Strom... Äh, der... Ah! Die Steckdose! Die Steckdose! Das ist die Steckdose! Ja! Das ist die Steckdose! Geil, weiter geht's! Hab sogar die Blitze noch dazu gezeichnet! Hey, geil! Was ist das? Was ist das? Was ist Zulul? Oh mein Gott! Zulost, Romatra! Nein! Da war ne... Oha! Was für Zulost, Alter! Oh wow! Hast du mich jemals gesehen? Was ist das? Nein! Hab ich nicht! Nein! Nur den Stabler! Nur den Stabler! Nur den Stabler! Ja! Ja! Junge, ich pack ab! War ihr in die Brust? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie brutal ist das? Oh mein Gott! Ja, die Sachlage war klar! Morten kann das Spiel nicht! Hä, so schlecht war! Was ist das? 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 Jeder kennt doch den schwarzen Lungen, oder nicht? Ja, jeder kennt den... Nein! Nee! Hey, jetzt bin ich! Ruma through a hat saying... Okay! Boah! 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 Das ist wirklich arg. Ich will jetzt auch nicht über das Böse sagen, vielleicht ist das so eine Beeinträchtigung oder so, aber was ist das? Ohne Witz, das ist sehr heftig. Ja, das links soll... Knopapier. Ja, keine Ahnung. Bisschen. Egal. Ich kann halt nicht zeichnen. Ich wusste ja nicht, dass das ein Bix bin. Ja, aber ich wusste nicht, dass man halt eins zu eins die Wörter auch draufschreiben kann. Ich hab gar nicht gezeigt, ich war kürzisch. Guck mal, das ist weitergegangen. Was? Was? Hey, sing! Ich habe erst jetzt das Game verstanden. Was ist das denn? Fäge! 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 Oh, joh. Fäge. Schadex kack nackt Nein Ich war bei Carly machten Apfengeräusche dann hat Morten gezeigt und in diesem gelbten Fall Einen der schrecklichen Kacken Ey ich komm auf die Zeichungen von Morten Ey Morten sind so geil So geil Morten Junge ich hab das Spiel erst jetzt richtig verstanden Ja das ist geil Was ist das für ein Affe Der rechte Arm bei Morten Der rechte Arm Morten muss ich dir ziehen Fürs Kunststudio braucht es nicht mehr Mann besteht aus Kacke Ich kann nicht mehr Morten muss schnell mal dabei sein Oh nein Oh nein Morten Morten Direkt los zu Beginn Morten Was ist das Was ist das Marienkäfer 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 auf der Mauer Ich hab nie gehört Ich hab nie gehört Ich hab nie gehört Da ist das so feil Der spielt runter Gut selbst Rubel Marienkäfer fällt in Leben Grube Ja das ist gut Marienkäfer Einfach ein blaues Loch Ein blaues Loch Ein blaues Loch Ja Marienkäfer fällt Schluck runter Was haben wir? Wir haben es endlich einmal geschafft So hey Kier Es findet was Gutes Ist doch keine Katze Ich hab nicht Schischa Oh nein Ja War voll gut Ruhe thrift Seat in der Schischa Ja der zieht an der Schischa Nice nice Alter Oh nein Oh nein Kinds of Winked Opus am Rulkin Oh my god nein Das ist so Oh my god Die ganze Zeit 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 Ja Nein Das war gar nicht so schlecht Ey das ist ein Teilerfolg Ich muss mit dir reden Fabo Du hast Sebo zeichnet einen Typ der eine Shischa raucht Und du siehst die Shischa Als Kind Kind zwingt Pfeffer zum Rauchen Das Kind zwingt Pfeffer zum Rauchen Das Kind dem Opa eine Zigarette in den Mund schlägt Ey das ist ein Teiler Ey aber dann hast du dich verkackt Ich hab es falsch rum gelesen Und hab gelesen Opa zwingt Kind zum Rauchen Und hab dann am Ende noch ein Reverse Pfeil gemacht Alter Junge Ich fülle ein T-Headporter Das fülle ein T-Headporter an Was ist T-Headporter? Ja keine Ahnung Lieferdienst TNT-Morges Ich hab das ja recht Zeig das wäre schon Ein rusladen oder so ASTM Mond Barzy Ja was solls sonst sein Da hab ich gesagt, da soll ich mich machen. Jo Henki, Alter! Mit Weber! On the road again? Die haare sind unter dem Helm! On the road again? Das war Kali? Was? Hä, ich kann nicht mehr, ich fahre einkaufen! Ich fahre einkaufen! Ich fahre einkaufen ist wirklich wieder Wahnsinn! Mord, du bist wirklich die Kollegin der Kracken! Ich habe eine Chance! Mord, du hast hier was geil gekommen ist! Du verstehst nicht, wie geil der ist, Mord! Wir haben eine Chance, dass was bis zum Ende durchgekommen ist und das ist bei Mordens Satz! Wenn Mordens Satz jetzt auch noch klappt ist, dann haben wir jedes Bild verkackt! Mord, jetzt nochmal alles! So Mord, Finale! Gib ihm! Äh, äh, äh! Äh, äh, äh! Äh, äh! Der Fall ist das! Was ist das für ein Fairfax? Der Fall ist das für ein Fairfax? Ja, komm! Warte, warte, Pferd ist geblieben! Ey, Swaggy! Aha! Ah! Nein, das hat er auch so gut! Alter! Wie egal! Wir haben alle geile Pferde! Ja, wir haben alle geile Pferde! Ja, wir haben alle geile Pferde! Nein, nein, nein! Nein, bravo! Das ist kein Pferd! Das ist immer geil wie der Daurier! Der Daurier frisst raus, da! Oh mein Gott! Ey, ey, die ist ein Daurier! Das 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 ist ein Daurier! Die Runde ist die schlechteste Runde, die ich je gesehen habe! Die davor war nichts dagegen! Was? Ich glaube, das ist ganz gut! Das will ich sehen! Oh, ne! Oh, ne! Frosch sitzt am Rechner! Ey, das war nicht so schlecht! Na klar! Was macht eine Geburt? Quark? Ja, das war nicht so schlecht! Hätte man drauf kommen können! Was? Guck mal, wie clean das jetzt gezeichnet ist! Das war geil! Das war sehr cool! Oha! Achtung! Ente vorm Gaming PC! Ente vorm Gaming PC! Oh! Junge! Ich gefte keine 5 Subs, das könnte vergessen! Ente streamer PC! Guck mal hier! Der auch gut! Der Salame! Ente guckt Stream! Stark! Ist schon stark! Jetzt kommt gleich ein... HÄH?! Du schnöh Hühnchen! Junge, komm! FABO! FABO! Ja, aber es war immerhin noch ein... Es war noch ein Tier am Ende, also fast! Okay! Spiderman fängt Carl Imnest bei der Donuts laut! What the fuck! Aber meins war schwer, oder was? Und jetzt kommt's, Digga! Jetzt kommt's! Und jetzt kommt's! HÄH! HäH! Ich muss gar nicht machen! HÄH! 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 Stark! Das ist der blaue! Das ist fucking Spiderman! Das ist Spiderman! Das ist Spiderman! Das ist Spiderman! Ach du Scheiße! Ich hab's schon gemacht! HäH! Scheiße! Supergolem ist doch... Alright! Ich bin umgesetzt! Oha! 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 Gut! Ähm... Try Max Bock! Was? Wieso bin ich scheiß Supergolem? Lass's! Komm schon, Mann! Komm schon! Gute Zeichnung gefällt mir! Max Bock zeichne, oder? Gute Zeichnung! Gute Zeichnung! Das merkt uns! Ich hab einfach... Ich hab einfach... Jaaa... Das war dann halt... Ich bin nicht im Fortnite-Business drin, das sag ich jetzt schonmal! Try Max flamet seinen Fortnite-Squad! Digga! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Trommelwirbel! Hey! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ah nun! Die arme Henke! Die sind anfällig! Not bad! Die ist gut, die ist gut! Ja nice! Junge! Morden, wie lang brauchst du für so ne Zeichnung? Bis zum Ende ungefähr, also. Mein Satz war... Junge, du bist so ein Knecht. Ey, ist das doch durchgegangen? Ich kann einfach, dass ihr alles Knechte seid, ohne Witz. Romata, hast du's verstanden? Nein. Ich hab diese Runde, diese Runde hab ich wieder verkackt. Ich hab diese Runde wieder verkackt. Hey Romata, dafür ist doch Bix für ein Bekannte, dass ich würd's durch die Nase ziehen. Guck mal, jetzt guck mal. Meins war auch nicht schlecht. Meins war auch nicht schlecht. Ich hab's ironischerweise verstanden. Stabil? Stabil? Bix, da zieht sich jemand! Ja, was ist? Die Magi-Nase sind wie der Best-Game. Der zieht sich aber selber über den Tisch. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Nein! Ich bin ja klar, nein. Nee, war auch insane! Ich bin ja klar. Ich bin ja klar. Ich bin ja klar, ich bin ja klar, ich bin ja klar. Oh nein! Oh nein! Jetzt kommt er einfach gerade raus. Ja, wie ne 50, wie geil ist das? Ich lasse mir das jetzt in die Bissigdose. Ey, wir sind so ein bisschen in dem Thema geblieben. Ja, ich meine, ich muss das durch die Nase ziehen und durch Alkohol kotzen.